Was steht da? Where? Geht recht gut, ne? Sehr effektiv. Da fang noch eine. Kann man mal lesen, was auf dem mittleren Bett hier steht? Ach, weggezogen. Wo kämpfen wir? Moment. You're dead. You're dead. Ah, ja. Okay, jetzt. Du sagst es. Nee, ich weiß, was bei mir mal Lack verursacht. Die ganzen Partikel, die rumliegen. Wenn ganz viele Partikel auf einmal sich bewegen, dann krieg ich den Lack des Todes. Ja, das sind nur die Physikseffekte. Ja. Aber die kann man irgendwie auch nicht ausschalten. Runterfahren ganz weit, ja. Verdammt nochmal. Also mit ein paar mehr Frames wär ich grad echt gut bedient. Gut, das ist eine gute Idee, Leute. Du bekommst mehr Erfahrungen, wenn ich grad... äh... ...wenn zu reden. Interesse. Mehr kann ich immer noch, weil es zu blöd ist, Erfahrungen zu sammeln. Ja, ja, klar. Komm her! Komm her, du klarer Sprakko! Komm her! Trau dich! Der Wald ist die Sprache dumm. Eben. Mhm. Mach's aber trotzdem Spaß. Ah, nicht offen. Zeit für Roboter-Action! Ich nehme einfach mal einen Shotgun raus und dann war's das. Ja, gute Idee. Der beste Robot aller Zeiten! Was ich jetzt mit Blitzwaffen auf Feuerschaden mache. Ist voll lustig. Ja. Ja. Hab mir den Wänkel geklaut. Ja. Klingt übrigens überall Heilung rum, Robby. Ja, und? Ja, du bist ein bisschen down, ne? Ja. Die Heilung liegt nie da, wo ich bin. Boah. Kisten. Mit Mist. Ist Neth gestorben. Super. Super. Die Explosionen meiner Waffe bringen mich selber um. Nicht zu nah dran stehen. Nice. Jo, das kenne ich. Ich war beim Raketenwerfer. Live, wo du bist! Ja. Was da? Ab Auro aufskillen. Ah, hab ich noch gar nicht gemacht. Mhm. Muss jemand geheilt werden? Ja, mach weiter damit. Alter, ihr könnt mich alle mal. Ich brauche euch für den Lag. 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 Fließ Energiekugeln. Oder so. Alter, ne, ich muss diese Physik-Sachen irgendwie so weit ausschalten, wie ich nur kann. Das geht nicht an. Das ist der einzige Schwachpunkt, den meine Grafikkarte wirklich hat. Die Physik. Ja, bei mir ja genauso. Aber bei dir weniger ist bei mir. Ja, weil ich die Physik und den Prozessor mache, glaube ich. Holy shit, diese Laborrate, ey. Ja. Der Schaffmann hat eine Gegend. Ist gut. Dann sind wir jetzt im Studio zu essen. Und das ist für projects ab! Ja. Abbotten. Wieanka! Wie schmeckt! Ach das? Ich brauche muss also. Detmenido. Das war ne schöne Kettenreaktion. Holy shit, da hab ich meine eigene Physik aber gerade richtig zerstört. Hast du? Will ich nicht tun sollen. Erst ne Slack-Waffe und dann meine Heckgranate und kurz danach meine Kugel, die alles rückzieht. Ich hab glaub ich auch am meisten Probleme gerade, ne? Ja, keine Slowdowns aber ansonsten. Au, au, au! Oh, keine Slowdowns, wie schön das wär. Verbrannt gerade. Danke. Ich kann gerade echt nur healen. Ich kann gerade sonst gar nichts tun für euch. Oh, die Feinde springen hier rum. Flüss. Und da liegt ne Kiste. Wo ist da? Auf der Plattform hier. Mit Granaten. Die sogar stärker sind als meine. Teilweise. Ja. Aber die nicht. Ich... Ja, aber die sind... Das sind nur Granaten. Ich hab ja meine Slack, die eigentlich ganz geil ist. Ja. Nee. Besser als deine. Achso, der Schaden ist bei mir nur hoch, aber... Ja. Und weiter. Weiter. Nachdem... hier ist ein Ding. Klappen. Ist aber auch schon mit dem... Gewalt hier. Ich... ich lerne dazu. Werde besser. Ich habe gerade beim Kampf mit Angel genug Zeit gehabt zum Üben. Ah, ja. Danke. Ja, wenn's doch stimmt. Ja, ja. New players can earn. Yay. Neu Ich bin derρι Leitlin die Reiche zu verspeisen. Mit den Eltern zappen und wandten sich... Ich habe sie nicht getötet T. Ehrlich... Ah Ichstechen names die nicht genannt... Nein... Ich bin dieser kristes Ich bin der Betwickler, das ist der RID das ist der RID. Häe прогreu. Dios Du descended er hat nen large value kill. Buh. Frack-Man! Mega-Darkampf-Attack. Für Alpha-Instance. Also aber nur einmal eine Minute ungefähr. Leider, ne, meine alte Grafikkarte konnte besser sein. Ich kann da mit viel Physik umgehen als meine neue, das ist echt komisch. Ja, wahrscheinlich weil die neue jetzt die Physik selber handeln will. Müsst du mal nachschauen. Ich weiß auch nicht. Und an und für sich müssten Grafikkarten mit Physik besser umgehen können als normale Prozessoren, aber... Nee, aber wirklich, das ist hier, wie es so schön heißt, der Bottleneck des, ähm, der Grafikkarte. Die für Drinks-Engine. Da draußen ist die eigentlich echt gut. So. So. Da wird die Glasmat. Ja, haben wir noch nicht genug. Aufzug. Aufzug. Nütz. Da fahren wir einfach. Oh ne. Doch! Noi! Nein! Was soll ich sagen, Leute? Ben, der hat sich die ganze Zeit hochportelt. Oder sie erst mal ich. Ja. Ja, das sieht bei mir genauso aus. Super Leute. Welch. Welch. Vögel. Na auf! Nein, wir bleiben hier. Wir warten, oder? So. Okay. Ist das schon die nächste Quest? Hier? Sekunde. Äh, äh, da. Ja. 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 Ich kriege. Ich kriege. Hier. Ja. Braucht keiner mehr. Mit der Angst. So, dann werde ich jetzt meinen Punkt verteilen, wenn wir grad hier stehen bleiben, oder? Okay, dann doch nicht. Jo, jo. Ja. Ja, eure Entscheidung. Dann mach ich jetzt meinen Punkt. So. Hey, Rackman. Och, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass der schon so. Ja, wenn du ne große offene Ebene hast. Los! Geil! Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Was hä? Ich liebe dich nicht, Deathcrap. Alles KK. So ziemlich. Jo. Und dann gebe ich erstmal einen Punkt aus, meine Gewährleute. Ach, der ist da. So, dann werde ich das jetzt aufwerten. Und habe jetzt ein viel längeres, ähm, Baselog. Weil ich von meiner Klassenmacht da auch noch 12 plus 2 Punkte draufkrieg. Oh. Okay. Das heißt viel länger, anderthalb Sekunden mehr, das ist trotzdem eine ganze Menge. Ja. Denkt, wie oft das ganz knapp nicht gereicht hat bisher. Eben, und in anderthalb Sekunden kann man viele Schüsse reinhauen zu dritt. Hallihallo. Hä? Ja. Hä? Daher schieb die Tänne. Wipfen! Ähm. Was war das denn jetzt? Wählen. Dex, du komm ich nach oben? Nein komm ich nicht. Schade. Musst nur irgendwie in das Gebäude reinkommen, dann kann ich nicht wieder heilen. Ja, oder du kriegst woanders hin. Ja, dann stirb halt. oder auch nicht ich habe etwas angeschaltet aber ich weiß nicht warum was magst du nicht hier hochkommen ich habe die waffen zu deinem bruder in the fridge geschickt aber wo ist waffenladung ich habe es dir doch gerade erklärt der kreis und mann der hof mit von der drüben wo wir gerade gestanden und da kannst du hier rüberhüpfen ja klar wo er den standen wie komme ich da wieder rein das kann ich dir nicht sagen ja klar wir gucken gehen man kommt hier aber leider nicht mehr zurück rüber ich ja hier ja hier schon aber nicht da drüben ja stimmt ja hier ja hier ja hier ja hier ja hier auch runter oder wie wir sind feinde ja das 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 hüpfen hat funktioniert ja siehstige feinde hier ja 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 Habe ich das Verfalle verstanden oder hat der Kerl gerade gesagt, ich rieche festlich? Ich habe es nicht gehört, vor allem ist es auf Englisch. Eja. Waffenkiste. Der beste Robot aller Zeiten! Heißzahlen. Ja, weil das Level 21 ist, glaube ich. 22, hallo? Jo. Wirst du langsamer als ich? Nein, ich bin gerade nicht mehr gesprintet. Die helfen einfach so gut, die Minen. Ja gut, ein Nate geht auch, ne? Jo. Ja, die ganzen Matches immer anzuschießen ist so dämlich. Zwerge ist bei dir? Okay. Zwerge, ja. Bei dir? Ja, Ratten halt, ne? Ratten, Feldratten. Ja, das auch, ja. Aber die kleinen sind trotzdem Zwerge dazu auch noch. Ja. Red sind die auch alle, ja. Ich habe ein Medikit entdeckt. Ich habe ein Medikit entdeckt. Eins. Da geht's rum. Ja, hier hinten unten. Ja. Ja. Ja, das hält doch um einiges länger. Ja. Ja. Ich habe Shorty gefunden. Ja. Ja. Oh. Du hast ihn erledigt. So komisch. Ich hätte dich erledigen lassen, wenn du mich nicht entschädigt hättest für das Catch-a-Ride, das du gehalten hast. Ironie des Schicksals, falls es das ist, was ich meine. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir müssen woanders hin, oder? Ja, wir haben gerade drei Quests gleichzeitig laufen. Die Quest ist auch ganz klar zurück. Der Feld schnauert sich. Ja. Aber wo wir schon mal hier sind, anscheinend noch nicht hier waren, oder doch? Doch, wir waren schon mal hier. Okay. Wir kommen zurück, oder? Ja. Braver Junge! Ich bin ja nur nicht zufrieden. Oh nein. Ich mache mich. Ich mache mich. Ich mache mich schon mal hier. Oh, ich bin wieder da, wo wir hingehüpft werden. Okay. So. Hi, Simon. Hi. Hier oben. Ja, gesehen. Lol, ey. Nein, die Welt noch ist. Du hast Spaß? Ja. Ich? Riesig. Ich bin auf einen kleinen Umweg. Egal. Einen kleinen? Nee. Einen großen. Das kann uns doch egal sein, oder? Eigentlich schon. Waffenversteck hier. Sehr okay. Wo auch immer die sein sollten. Okay. Eie. Da ist er nicht gefunden. Ist er da? Was? Wirklich? Hab ich nicht gehört. Was? Der hält echt ziemlich lang mittlerweile. Schön. Schön. Sollte ich nicht schauen. Hat sich's gelohnt? Nö. Warum sollte es auch? Also in der... Fürs Abgeben der Quest hat man... Hat man... Hab ich einen Raketenwerfer bekommen? Wie? Ja, fürs Abgeben der Quest. Muss man mal in den Inventar gucken. Ist so... Sieht für mich aus, als wäre da so ein Geschenkpapier drum. Toasty. Oh ja. Sollte sind 6x3. Volle quarm. Ja, meine... Es ist ein bisschen was schwächer. Aber... Mal kurz angucken. Sieht interessant aus. Findest du mich auch? Ja. Hier ist was drauf. Wesen. Ich zieh. Was ist besser? Komm, welche Kapitel rein? Ich gebe. Wesen. Wesen. Ja. ular. shallte egal.